Hallo. Guten Tag liebe Fans von Borussia Mönchengladbach. In der heutigen Ausgabe der Presseschau zum Thema Borussia Mönchengladbach Bei gladbachfahren.de gibt es folgende Themen. Auch darum wäre die Rückkehr nach Europa wichtig. rponline.de Transfers und Hotelneubau Borussia blüht das ganze große Geld. Express.de Die potenzielle Aufstellung gegen den FC Augsburg. 90 Minuten.com Nico Elwedi Elwedi darf von der EM träumen. kicker.de Andreas Christensen Wird Christensen Gladbachs neuer Rekordtransfer. Fußballtransfers.com Raphael Top 10 Die besten Vorlagengeber Europas Fußballtransfers.com Diese Informationen und Verweise sowie heiße Transfergerüchte gibt es auf gladbachfahren.de Besucht bitte gladbachfahren.de